Bei den Nürnberger Prozessen wurde einem der Angeklagten die Frage gestellt, wie haben Sie die Deutschen dazu gebracht, sich auf ihre Sache einzulassen? Ich zitiere frei. Sie sagten, das war einfach. Es hat nichts mit Nationalsozialismus zu tun. Es geht um Furcht. Sie können Menschen kontrollieren, wenn sie sie dazu bringen können, Angst zu haben. Und das Werkzeug, das der Feind seit jeher benutzt, ich meine seit dem Garten Eden, so weit reicht es zurück, aber das Intensitätslevel ist in den letzten 18 Monaten dramatisch angestiegen. Die Anstrengung, die Werte, die Gedanken und das Verhalten von Menschen durch Furcht zu kontrollieren, ist außergewöhnlich. Ich bin kein Fan von Sozialismus. Ich habe Freunde, die es sind, aber ich gehöre nicht dazu. Sozialismus ist Kommunismus in Windeln. Ich bin nicht auf irgendeinen Beifall oder Unterstützung aus. Ich möchte nur einige Aussagen machen. Und ich weiß, dass das bei einigen gut ankommen wird und bei anderen nicht so gut. Aber zumindest können wir vielleicht denken. Sozialismus überbetont die Regierung auf Kosten menschlicher Verantwortung. Humanismus ist die Religion des Sozialismus. Sozialismus betet an vor dem Schreien von Menschenrechten über menschlicher Verantwortung. Und Menschenrechte sind wertvoll, aber sie dürfen menschliche Verantwortung niemals übersteigen oder sie landen bei moralischem Verfall. Es ist essentiell, dass Sie und ich verstehen, was vor sich geht. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist nicht das Ziel, eine Art Aktivistenbewegung zu entfachen, bei der wir Menschen mit anderer Meinung verbal beschimpfen. Das ist Unsinn, weil das heißt, auf dem Spielfeld des Teufels zu spielen. Und wenn Sie auf dem Spielfeld des Teufels spielen, können Sie nicht gewinnen. Wir können nur auf seinem Feld gewinnen. Und das ist die Schönheit, das Wunder des Evangeliums. Das Evangelium hat Antworten und Lösungen für jedes einzelne menschliche Dilemma. Es gibt Menschen, die im tiefsten Herzen erfolgreich sein wollen, aber nicht wissen, wie. Also lassen Sie sich aus Furcht auf ein System ein, das Ihnen morgen Brot verspricht. Ich werde nur ein paar Minuten darüber reden, und dann werden wir die Bibel aufschlagen und über etwas anderes sprechen. Ich gebe Ihnen also die Chance, vom Wort gereinigt zu werden. Jeder von Ihnen, der von meinen Worten verletzt ist, wird sich erholen. Ich verspreche es. Wenn jemand etwas braucht, wenn ich Ihr Auto nehme und es jemanden gebe, der kein Auto hat, nenne ich als Regierung das Mitgefühl. Aber es ist kein Mitgefühl, bis ich mein Auto gebe. Es gibt viele Dinge, die unter eine Illusion von Mitgefühl und Gerechtigkeit schlüpfen, aber in Wirklichkeit das Gegenteil sind. Meine Bürde für diese Stunde, für diesen Tag ist, dass wir als ein Volk unterscheiden und verstehen können, was tatsächlich passiert. Wenn Sie die letzten 40 Jahre nehmen und sich die Geschichte der Vereinigten Staaten und der Nationen überall auf der Welt ansehen, werden Sie einen langsamen, stetigen Marsch in Richtung einer Eine-Welt-Regierung erkennen. Ich sage nicht, dass wir nah dran sind. Ich sage nur, dass wir näher dran sind als je zuvor. Falls ich noch nicht alle beleidigt haben sollte, geben Sie mir einen Moment. Geben Sie mir einen Moment. Ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. In Ordnung. Ohne das Mahlzeichen des Tieres können Sie weder kaufen, noch verkaufen, noch Geschäfte machen. Und ohne eine Impfung sollen Sie nicht in der Lage sein, zu kaufen oder zu verkaufen oder Geschäfte zu machen. Nun, ich bin nicht gegen Impfung. Ich sage nur, dass das eine interessante Generalprobe für eine größere Sache in der Zukunft ist. Wir müssen einfach vorsichtig sein, worauf wir uns einlassen. Nicht alles, worauf Sie sich heute einlassen, wird Sie segnen. Lassen Sie es mich anders ausdrücken. Einige der Dinge, auf die Sie sich heute einlassen, werden Sie morgen kosten. Die Bibel sagt, dass der Herr seinen Knecht gedeihen lässt, er fügt dem keinen Kummer hinzu. Wenn es also der Herr tut, gibt es keine hohe Abschlusszahlung. Macht das Sinn? Es gibt kein, oh nein, wann wird etwas Schlimmes geschehen? Er wirkt nicht auf diese Weise. Wenn er jemanden Segen überträgt, geht es mit Nachhaltigkeit einher. In seinem System. Sozialismus wird von Anspruchsdenken finanziert. Es gibt viele von uns in diesem Raum, die 100% gegen Sozialismus sind, sich aber mit dem Geist des Anspruchsdenkens verbunden haben. Und was in ihrem Inneren vor sich geht, schafft tatsächlich außen den Raum für Sozialismus. Es geht darum, mit dieser Art Weisheit unterwegs zu sein, dieser Entschlossenheit, den Herrn zu ehren mit allem, was sie sind, mit allem, was sie haben, in verantwortungsvoller Weise. Der Herr ist so an Zunahme interessiert, dass als der Mann mit einem Talent in der Schrift, Sie erinnern sich an die fünf Talente, die zwei, das eine? Er sagt, du hättest es zumindest auf eine Bank bringen und Zinsen erhalten können. Alles drehte sich um Zunahme. Es geht nicht darum, was ihnen gegeben wird, sondern darum, was sie produzieren. Und mir ist klar, dass das übertrieben werden kann, wo wir ein werkeorientiertes Umfeld kreieren, woran ich nicht interessiert bin. Aber es ist dennoch wahr. Es ist dennoch wahr, dass Gott nach Produktivität belohnt. Wie wir bereits mehrfach gesagt haben, ich weiß, dass ich es Chris habe sagen hören. Ich habe es auch einige Male gesagt, dass das gelobte Land ein interessanter Ort ist, weil sie nicht dorthin gingen, sich an den Strand setzten, Eistee nippten und darauf warteten, dass Jesus wiederkehrt. In der Wüste hoben sie das Manna vom Boden auf, sie folgten einer Wolke, ansonsten gab es nicht viel zu tun. Im gelobten Land mussten sie Pflanzen anbauen, sie mussten ernten, sie mussten mit Herden arbeiten, sie mussten all diese Dinge tun. Der Punkt ist, dass wir niemals lebendiger sind als dann, wenn wir in unserem göttlichen Auftrag unterwegs sind und Dinge zu seiner Ehre produzieren. So sind wir gestrickt. Nun, es ist das Privileg einer Kultur, sich um Menschen mit Behinderung zu kümmern, insbesondere um Kriegsveteranen, die keiner normalen Arbeit mehr nachgehen können. Es ist unsere Verantwortung, uns um sie zu kümmern. Geistig Behinderte, es ist ein Privileg. Ich tue also nicht alle staatlichen Dinge ab, aber ich sage nur, dass Sozialismus wie Feuer ist. Es ist wie das Feuer in Sprüche, das nie sagt genug. Es sagt nie genug. Sein Machtzuwachs hat kein Ende. Das ist, wo wir als ein Volk als allererstes beten. Zweitens, ich habe Christen sagen hören, und verzeihen Sie mir, weil das vermutlich so gut wie alle von uns schon gesagt haben, aber ich habe Leute sagen hören, kein Politiker ist mein Retter. Ich kenne nicht einen Christen, der je geglaubt hätte, dass irgendein Politiker ihn erretten könnte. Aber leider wird diese Aussage meistens, nicht immer, aber meistens von jemandem gemacht, der nicht wählen will oder in Bezug auf seine Wahl keinen gottesfürchtigen Rat annehmen will. In Ordnung, ich muss etwas trinken, bevor ich das beende. Wir haben also eine Verantwortung zu verstehen, zu artikulieren. Hören Sie jetzt bitte genau hin. Recht schaffen, zu widerstehen. Zu lernen, Fürbitte zu leisten und zu beten, zu verstehen, was die Herausforderungen sind, sicherzustellen, dass es zuerst hier drin behoben wird. Ich habe den höchsten Status, den man bei der Fluggesellschaft, mit der ich fliege, erhalten kann. Sie sagen Ihnen nicht einmal, wie Sie ihn erhalten können. Es gibt Status, die Sie aufgrund bestimmter Meilen erhalten, aber es gibt einen Status, von dem Sie ihn nicht einmal erzählen. Sie müssen eingeladen werden. Ich bin eingeladen worden. Ich habe ihn seit Jahren. Ich bin dankbar. Manchmal kommt es vor, dass ich irgendwo zu spät lande und nicht viel Zeit ist, um von da, wo ich gelandet bin, dorthin zu kommen, wo ich hin muss. Dann warten Sie direkt vor dem Flugzeug auf mich und fragen, sind Sie Herr Johnson? Ja, kommen Sie bitte mit. Und Sie bringen mich auf das Rollfeld hinunter, setzen mich in einen Mercedes und fahren mich zum nächsten Gate. Es ist wundervoll. Bis ich auf einem Flug erhebliche Verspätung habe, nur wenig Zeit bleibt und Sie sind nicht da. Verstehen Sie das Bild hier? Plötzlich ist ein Geschenk, das Sie mir gemacht haben, eines, das ich erwarte. Einmal bin ich in einem Flugzeug unhöflich behandelt worden und dachte, ich muss nur meine Statuskarte zücken, um Ihnen zu zeigen, zu wem Sie gerade gesprochen haben. Was? Wie hat es funktioniert? Ich habe es nicht getan. Ich habe mich danach gefühlt. Oh, meine Güte. Ich werde Ihnen nicht sagen, was passiert ist. Er war einfach nur extrem unhöflich. Und er sagte, Sie sind nicht anders als jeder andere Pastor. Ich sagte, wir werden sehen. Dann sah er, glaube ich, auf seine Karte, um zu sehen, wer ich war, meinen Status. Und für den Rest des Flugs konnte dieser Mann gar nicht genug für mich tun. Wissen Sie, Sie gelangen an diese Orte der Gunst und des Segens und der Zunahme. Und es erzeugt einen Appetit, sodass Sie, wenn Sie nicht vorsichtig sind, denken können, dass Sie es verdient haben. Ich könnte sagen, dass ich diesen Status habe, weil wir diesen Geldbetrag ausgegeben haben und sich die Fluggesellschaft so um diejenigen kümmert, die so viel Geld ausgeben, wegen der vielen Flüge, die ich mache. Es gibt eine Menge Argumente, die Sie sich ausdenken können, warum Sie etwas verdienen. Und doch ist es genau dieses Anspruchsdenken, das den Geist des Sozialismus im Land kreiert hat. Und wenn wir uns hier drin darum kümmern können, sind wir korrekt positioniert, um uns da draußen darum zu kümmern. Ergibt das irgendeinen Sinn? In Ordnung. Das ist alles, was ich dazu sage. Ich liebe meine Bibel. Ja, das tue ich. Ich liebe meine Bibel. Ich habe Freunde, die ihre sozialistische Regierung lieben, solange sie gesegnet werden. Aber sobald ihnen gesagt wird, dass sie ihr Haus zwei Wochen lang nicht verlassen dürfen, macht es nicht mehr so viel Spaß. Und da ist etwas an Kontrolle, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir ihr nicht nachgeben. Und ja, ich bin einfach tief besorgt. Das ist es, worüber ich mit dem Herrn spreche, worüber ich bete. Ich habe vor etwa einer Woche ein Fernsehinterview gegeben. Und die Frau, die das Interview führte, sagte, wenn Sie zu den Leitern unserer Nation sprechen könnten, es war ein anderes Land, wenn Sie zu den Leitern unserer Nation sprechen könnten, was würden Sie ihnen sagen? Ich sagte, besorgen Sie sich ein Rückgrat. Besorgen Sie sich ein Rückgrat. Ich sage Ihnen, ich schätze das, aber ich bin wirklich nicht auf irgendeine Art Applaus aus. Mir geht es um Denken und Verantwortung. Es ist wichtig, dass wir wissen, wie wir die Wurzel von etwas im politischen System erkennen können, ohne einen politischen Geist aufzuschnappen. Und sobald Sie das tun, werden Sie abgestempelt werden. Sie werden auf alle mögliche Weise beschimpft werden. Aber Menschen stempeln ab, damit sie ihre Stimme disqualifizieren können. Es wird einfach Mut erfordern. Ich habe den Eindruck, was der Herr in dieser Zeitphase von uns will, ist eine Taufe in Mut, um eine neue Zeit wirklich hereinzubeten. Bitte stehen Sie auf, wir werden dazu beten. Ich werde sie sich von allem, was ich gerade gesagt habe, reinigen und säubern lassen und dann werden wir ins Wort gehen und sehen, was hier geschieht. Und so, Herr, bete ich um eine wahre Taufe in Mut, dass du uns hilfst, mit Weisheit und Verständnis zu leben, die Zeiten und Zeitphasen zu kennen, in denen wir uns befinden und was deine Antwort ist auf ein bestimmtes Problem. Nicht nur, worauf wir emotional durch unsere eigene Frustration kommen, sondern die wahre Antwort des Königreichs, damit wir Erbauer sein können und nicht nur Zerstörer, damit wir Wiederhersteller sein können und nicht nur Konfrontierer. Dafür bete ich in Jesu Namen. Amen, Amen. Drehen Sie sich zu jemandem um und sagen Sie, das haben Sie wirklich gebraucht. In Ordnung. Öffnen Sie bitte Ihre Bibeln in 1. Samuel, Kapitel 1. Nun, es gibt viele, die sagen würden, dass Jesus seine Jünger nicht in solchen Dingen trainiert hat. Stattdessen lehrte er sie, in bestehenden staatlichen Strukturen zu überleben. Und das ist absolut wahr. Er lehrte, wie Angestellte reagieren sollten, wie Soldaten reagieren sollten, wie Sklaven reagieren sollten und all das. Er lehrte sie, das Königreich in ihrem Umfeld zu leben. Aber ich erinnere Sie auch, dass er ihnen sagte, dass das Königreich wie Sauerteig ist. Nicht Sauerteig als eine Philosophie, Sauerteig als das, was hilft, ihr Umfeld neu zu definieren. Er sagte auch, dass wir Licht und Salz sind. Alle drei dieser Elemente wirken sich auf ihre Umgebung aus. Was der Herr also von uns möchte, ist nicht eine politische Bewegung ins Leben zu rufen, sondern eine von Herzen dienende Bewegung, wo wir uns in die Systeme hineinbegeben und Menschen lieben und es dem Königreich erlauben, wirkliche Veränderungen herbeizuführen. Ich versuche nur einige der Dinge zu identifizieren, von denen ich den Eindruck habe, dass der Feind, er benutzt Gerechtigkeit und Mitgefühl als falsche Fassade für das echte trojanische Pferd, das diesen Ansturm von dämonischem Chaos und Verlust hereinbringt. Nun, ich sagte, dass ich fertig bin, offensichtlich war ich es nicht, jetzt bin ich es. Es könnte sein, dass ich wieder darauf zu sprechen komme, ich werde es nicht im Voraus ankündigen, weil ich sicherstellen möchte, dass sie erscheinen. Es wird eine Überraschung sein. Ich glaube, dass der Herr uns die Gelegenheit, die Einladung, wenn sie so wollen, gibt, eine neue Zeitphase zur Welt zu bringen. Ich glaube, dass das vom Herrn ist, aber ich glaube, dass es Mut im Gebet erfordert. Nun, wir haben im letzten Jahr mehr über Gebet gesprochen, als vermutlich in jeder beliebigen Fünf-Jahres-Spanne, seit ich hier bin. Ich weiß, dass ich es wieder und wieder getan habe, ebenso viele aus dem Team. Unsere Sonntagabendtreffen haben sich auf Gebet konzentriert. Und das ist kein Zufall. In gewisser Weise wünschte ich, ich könnte alles, was wir über Gebet wissen, auslöschen und Neubeginn, weil wir es so sehr auf eine religiöse Aktivität reduziert haben, dass wir die Tatsache aus den Augen verloren haben, dass es wie Atem ist. Es ist Atmen. Als er sagte, betet unablässig, sagte er im Grunde, dass es dasselbe ist wie Atmen. Tun Sie es einfach ununterbrochen. Machen Sie es einfach zum normalen Ausdruck dessen, wer Sie sind und wo Sie sich im Leben befinden. Jeder Augenblick ist ein guter Augenblick für Gebet. Es sind nicht spezielle Worte. Es ist nicht diese Art Sache. Es ist nicht diese professionell klingende Petition. Es ist eine Gemeinschaft mit Gott, die manchmal Worte hat. Ich habe den Eindruck, dass wir uns an der Schwelle ... Ich stehe immer über diesen Kanten. Ich habe Fürbitter, die für mich beten, nur weil ich über der Kante stehe. Wir befinden uns an der Schwelle eines signifikanten Durchbruchs in der Kultur, in den Manifestationen von Erweckung, in einer Weise, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Und ich habe den Eindruck, dass wir uns an der Schwelle befinden. Noch nicht ganz an diesem Ort des Übergangs, Frauen, wo sie pressen, aber kurz vor diesem Punkt, wo wir im Begriff stehen, etwas zur Welt zu bringen, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Es wird eine mutige Art des Betens erfordern, die vielen von ihnen fremd sein wird. Darüber möchte ich sprechen. Nicht in irgendeiner Form von, es mangelt ihnen an etwas. Nur eine Einladung. Da ist diese Geschichte von Hannah. Hannah ist diese Frau, die verheiratet ist, keine Kinder hat, aber unbedingt Kinder haben möchte. Lassen Sie uns die Geschichte in Kapitel 1 aufgreifen. Wir werden mit Vers 2 beginnen. Ich werde ziemlich viele Verse vorlesen, also lesen Sie bitte einfach mit. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Penina. Penina hatte keine Kinder. Entschuldigen Sie, hatte Kinder. Aber Hannah hatte keine Kinder. Vers 5. Aber Hannah gab er einen besonders großen Anteil, denn Hannah hatte er lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Vers 8. Aber Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr, Hannah, warum weinst du und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Eine Frage, die sie nie beantwortet hat. Eine kluge Frau. Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, und der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie, die Rede ist von Hannah, war in ihrer Seele verbittert, und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Frau ansehen und immer gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Das war ein Naziräer-Gelübde. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr, wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du dein Rausch los wirst. Aber Hannah antwortete und sagte, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschdrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Letzter Vers. Eli antwortete und sagte, geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte und sie unterstreicht und betont für mich den Zweck beharrlichen Gebets, weil wir biblisch, ich will das zu einem späteren Zeitpunkt behandeln, wir biblisch das Mandat haben, einmal zu beten und nicht wieder zu bitten und das Mandat, zu beten und weiter zu bitten. Beides liegt tatsächlich nur ein Kapitel auseinander. Jesus lehrte beides. Für beides gibt es einen Zweck. Ich möchte nicht auf die Unterschiede eingehen, aber ich möchte dieses hier hervorheben. Der Zweck beharrlichen Gebets ist meiner Meinung nach einer von zwei Dingen. Es sind dämonische Mächte involviert und diese Beharrlichkeit hilft, sie zu brechen. Das Zweite ist, dass ich in die Person verwandelt werden muss, die mit der Antwort gut umgehen und sie verwalten kann. Für eine Menge der Dinge, für die wir beten, gilt, dass, wenn sie uns sofort gegeben werden würden, wir sie nicht gut managen würden. Wir würden sie überhaupt nicht gut managen. Vieles von dem, was wir vom Willen Gottes in unserem Leben schmecken, vieles von dem, was wir erben oder schmecken oder tatsächlich erleben, ist davon abhängig, was wir geworden sind. Vieles von dem, was wir auf unserem Weg mit dem Herrn erleben, die Durchbrüche, die Gebetserhöhung, die außergewöhnlichen Ereignisse, die sich in unserem Leben ereignen, vieles von dem, was wir erleben, ist davon abhängig, was wir geworden sind. Und dieses Werden findet häufig bei dieser Art des Betens statt. Es ist die Art von Gebet, die ihnen peinlich ist, aber es kümmert sie einfach nicht mehr genug. Normalerweise wäre es ihnen peinlich. Es ist die Art von Seelenqual, bei der es keine Rolle mehr spielt, wie sie auf andere wirken. Es ist nicht, eine Szene zu machen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist es in keiner Weise. Es ist vielmehr, dass ich so vertieft bin in das, was Gott in mein Herz gelegt hat, dass ich einen Durchbruch haben muss oder ich denke, ich werde sterben. Sie sehen diese Art Gebet überall in der Geschichte. Wenn Sie irgendetwas über einige der großen Erweckungen in der Geschichte gelesen haben, oft kamen Menschen zu dieser Art Moment im Gebet. Sie kümmerten sich um gar nichts mehr. Sie kümmerten sich nicht darum, ob sie jemals wieder essen würden. Sie kümmerten sich einfach nicht um all diese Dinge, die noch vor zwei Tagen vielleicht ihre Aufmerksamkeit wirklich in Anspruch genommen hatten. Aber in diesem Moment ist das Einzige, was zählt, diese Sache, wozu Gott mein Leben ergriffen hat, und ich werde mich mit nichts anderem zufrieden geben. Diese Art von Moment haben wir hier. Hannah weiß nicht, wann ihr Durchbruch kommen wird. Wir wissen, dass es seit Jahren so geht. Ich nehme an, wegen der Art, wie sie hier antwortet, dass sie seit vielen, vielen Jahren für Kinder betet. Wir wissen, dass ihre Konkurrentin, die andere Frau, viele hatte. Wir wissen also, dass es Jahre der Unfruchtbarkeit sind. Ich weiß nicht, wie lange, ich weiß nicht, welche Art von Gebet sie gebetet hat, aber es liegt nahe, dass sie dieses Gebet bereits zuvor gebetet hat. Aber etwas ist bei diesem Gebet geschehen. Die Altgedienten sprechen über diese Art Gebet als, ich war gestreckt. Das Bild ist, dass ich ganz ausgestreckt war beim Greifen nach dem, was Gott verheißen hat. Es gibt viele Leute, die, die es besser wissen als sie, die ihnen sagen würden, du musst das nicht tun, weil dir alles bereits gehört. Und das ist wahr. Ich wurde gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Es gehört alles mir. Das ist absolut wahr. Epheser 1 verkündet es, Johannes 16 verkündet es, es gehört alles mir. Das Problem ist, dass es auf meinem Konto und nicht in meinem Besitz ist. Oft wird das, was von meinem Konto, das er für mich beiseite gelegt hat, abgehoben wird, nicht an mich freigegeben, bis ich werde, was ich werden muss, um es mit diesem Segen, den Gott mir gegeben hat, nicht zu vermasseln. Sehen Sie sich die Könige in der Schrift an. Wie oft sehen wir einen König den Thron erben und ihn dann innerhalb weniger Jahre seiner Herrschaft in den Boden stampfen? Was ist geschehen? Er war der Gewichtigkeit seines Auftrags charakterlich nicht gewachsen. Und es ist sichere Zerstörung, wenn das geschieht. Alle von uns haben Dinge in unserem Herzen, die wir herbeigesehnt haben. Ich bezweifle, dass es eine Person in diesem Raum gibt, die kein großes Gebet gebetet hat, dass eine großartige Sache zu ihren Lebzeiten passieren wird, die sie zu ihren Lebzeiten sehen werden, die wir gemeinsam erleben werden. Und das sind gottgeborene Gebete. Aber große Dinge entspringen für gewöhnlich nicht bequemen Gebeten. Da ist etwas an kostspieligen Gebeten. Ich meine nicht, Aufmerksamkeit zu erreichen. Ich meine nicht, das ist mein x-ter Fastentag und ich weiß, ich bekomme... Das meine ich nicht. Ich meine die Art, wo es Sie und der Herr sind. Da ist etwas an Schwierigkeiten, das Ihnen hilft, direkt mit der Realität konfrontiert zu werden. Ich bin wirklich dabei, um ihn zu kennen. Ich bin nicht nur dabei, um eine gesegnete Person zu sein. Und Schwierigkeiten trennen diese beiden Menschengruppen. Manche sind fort, sobald der Segen aufhört. Der Glitter nicht mehr von der Decke fällt. Sie wissen schon, was auch immer es ist, die nächste Sache, die Sie erwarten. Sie sind unterwegs, um einen anderen Segen zu finden. Aber die, die Jesus folgen, wenn Schwierigkeiten kommen, ist das die Zeit, wenn wir den Schrei intensivieren. Gott, du hast gesagt. Du hast gesagt. Und hier ist sie. Und betet Dinge, die sie nicht einmal aussprechen kann, für die es keine Worte gibt. Sie litt einfach Qualen. Ihre Lippen bewegen sich, aber ihr Herz ist in tiefer, tiefer Qual. Athleten sagen, ich habe auf dem Spielfeld alles gegeben. Was bedeutet, ich habe 110% gegeben. Da ist nichts, was ich noch hätte tun können, um uns zu helfen, dieses Spiel zu gewinnen. Voller Einsatz auf dem Feld. Es ist diese Art Gebet. Wir wissen nicht, ob eine Menschenmenge dort war, ob Eli überhaupt die ganze Zeit über dort war. Vielleicht kam er herein, nachdem sie schon eine Weile dort war. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass sie alles aufs Spiel gesetzt hat. Und es war diese Art des Betens, die sie für seine Lösung positioniert hat. Denn hier ist die Sache. Wie uns Mario Morello vor Jahren sagte, sie wollte einen Sohn. Gott wollte einen Propheten. Und als sie willens war, sich auf Gottes Herz auszurichten, erhielt sie ihren Durchbruch. Das ist es, was die Seelenqual bewirkt. Sie bringt sie in eine Position wie Hannah. Hannah wird Gott nun genau die Sache zurückgeben, die er ihr gegeben hat. Als Samuel, der Sohn, der aus dieser Sache entstanden ist, fünf Jahre alt ist, bringt sie ihn in den Tempel, damit er der Prophet des Herrn für Israel ist. Außergewöhnliche Geschichte. Dasselbe hat Abraham getan. Er musste Isaac auf den Altar legen. Manchmal müssen sie genau die Sache, nach der sie sich sehen, nehmen und realisieren. Ich will nur ein Teil von dem sein, was du tust. Wenn ich zurückgeben muss, dann gebe ich es zurück. Ich will einfach nur im Zentrum des Wirkens Gottes auf diesem Planeten sein. Und ich werde genau die Sache, die du mir gegeben hast, in deine Hände zurückgeben. Das ist der Prozess, in Hingabe an ihn zu leben. Der Prozess, wieder gestreckt zu leben. An diesem Ort, an dem es manchmal nicht einmal Worte gibt. Manchmal ist es nur die Qual, der Herzschmerz. Es bedeutet nicht, dass wir an diesem Ort ständiger Entmutigung leben, oder was auch immer es ist. Dazu lade ich niemanden ein. Ich sage nur, wählen Sie Ihre Momente. Und wenn Gott Ihnen diese Sache ins Herz gelegt hat, treten Sie vor ihn und schütten Sie es alles aus auf dem Feld. Lassen Sie es voller Einsatz sein und ergreifen Sie, was Gott verheißen hat. Jeder von uns braucht diese Art von Momenten. Ich halte das nicht für eine alltägliche Art des Betens. Ich würde Ihnen das nicht auferlegen. Aber ich würde sagen, dass jeder irgendwann in seinem Leben diese Zeitphase braucht, wenn nichts anderes ausreichen wird. Nichts. Nichts wird zufriedenstellen. Nichts anderes wird ausreichen. Nichts anderes wird ausreichen. Mein Schrei für Sie und für mich gilt einer Taufe in Mut. Dieses Rückgrat. Dieses Rückgrat zu stehen, wenn andere es nicht tun. Dieses Rückgrat, das einfach sagt, weißt du was, ich sehe im Moment nicht gerade wie ein Gewinner aus, aber ich bin zu weit gekommen, um aufzugeben. Ich muss festhalten, was Gott gesagt hat. Und wenn ich an das Ende meines Lebens komme und mein Schrei nicht erfüllt wurde, bete ich, dass meine Kinder ihn aufgreifen und sehen, wie er sich erfüllt. Wir alle haben eine Bestimmung für Durchbruch auf der Erde. Der Herr hat uns als Salz und Licht und das Königreich als Sauerteig beschrieben, um Einfluss und Auswirkungen auf die Umgebung zu haben. Nicht durch politische Wut und diese Sachen, sondern indem wir Menschen lieben, aber uns intelligent und zielgerichtet bewegen, um Veränderungen herbeizuführen. In Ordnung, das ist vermutlich genug. Sie haben überlebt. Glückwunsch. Sie alle erhalten am Ausgang die Eiswaffel, die Chris bereitstellen wird. In Ordnung, lassen Sie uns aufstehen. Wir werden beten. Was war das? Du bestellst gerade bei Chris die Eiscremesorte, die du möchtest? Ja, entschuldige, Chris. Entschuldige. Oh, Herr, lassen Sie uns beten. Lassen Sie mich Sie beten hören. Lassen Sie uns gemeinsam für eine Taufe in Mut beten. Ein Mut. Ein Mut. Ein Mut, der über uns als Volk freigesetzt wird und unser Beten beeinflusst. Erheben Sie Ihre Stimmen. Ja, Herr. Großer Mut. Große Taufe in Mut, Gott. Große Taufe in Mut, Gott. Große Taufe in Mut, Vater. Vater, ich bete, dass du uns eine frische Ausgießung im Bereich des Mutes gibst, dass wir als ein Volk mit einem Rückgrat stehen können, das nicht unausstehlich ist, sondern fest verankert in den Prinzipien des Königreichs, die du uns offenbart hast. Ich bete, dass sie ansteckend sein werden und dass du uns das Verständnis gibst, gut zu artikulieren. Gib uns diese Salbung der Söhne Isachas, dass wir es verstehen, die Zeiten, die Zeitphasen zu beurteilen, in denen wir leben. Ich bete, dass es im Gebetsleben dieser Gemeinde wahrhaftig die Geburt einer neuen Zeitphase geben wird, dass eine neue Seite aufgeschlagen wird, eine neue Seite aufgeschlagen wird, eine neue Zeitphase beginnt. Ich bete dies zur Ehre des Namen Jesu. Die Zeitphase Untertitelung des ZDF, 2020